Das Galaxy A5 2016 ist das Premium-Modell aus Samsungs Galaxy A 2016-Reihe und jetzt das Jubiläumsangebot der Woche bei EXPERT. In den Farben Schwarz, Gold oder Weiß kostet es jetzt nur 259 Euro. Mit seinem eleganten Aluminium-Rahmen und der kratzfesten Glasoberfläche aus Gorilla Glass 4 ist das Samsung Galaxy A5 2016 Ästhetik pur. Absolute Klasse ist auch das super AMOLED-Display, das auf 5,2 Zoll bzw. 13,2 Zentimetern Bildschirmdiagonale Inhalte in Full HD darstellt. Das Galaxy A5 2016 besticht mit starken Farben und kräftigen Schwarztönen. Und dank des auf 1,6 GHz getakteten Octa-Core-Prozessors macht auch intensive Nutzung mit mehreren Apps Spaß. Die Hauptkamera mit 13 Megapixeln und einer lichtstarken f1.9 Blende sorgt ebenso wie die Frontkamera mit 5 Megapixeln für gelungene Fotos. Videos könnt ihr dabei in Full HD filmen. Und wenn es mal ganz aufregend wird, könnt ihr euch auf den automatischen Bildstabilisator verlassen, damit die Aufnahme nicht verwackelt. Die Home-Taste drückt ihr zweimal, um schnell die Kamera aufzurufen. Oder ihr nutzt sie, um eure Daten zu schützen, denn darin verbirgt sich auch ein Fingerabdrucksensor. Wollt ihr auf dem Galaxy A5 2016 sehr viele Bilder, Apps und Dateien speichern, dann nutzt einfach eine Micro-SD-Karte, um den internen Gesamtspeicher von 16 GB und bis zu 128 GB zu erweitern. Richtig leistungsstark ist auch der Akku, der euch mit einer Kapazität von 2900 mAh nicht im Stich lässt. Und wenn es doch mal knapp wird, dann seid ihr dank der Schnellladefunktion in nur 10 Minuten wieder für mehrere Stunden erreichbar. Ob in Schwarz, Gold oder Weiß, das Samsung Galaxy A5 2016 ist einfach ein Top-Handy. Und als Jubiläumsangebot der Woche bekommt ihr es jetzt bei Expert für nur 259 Euro. Tja, jetzt habt ihr nur noch die Qual der Wahl, welche Farbe es denn sein soll. Und wenn ihr das entschieden habt, dann klickt einfach hier direkt neben mir auf den Link. Da gelangt ihr zum Angebot auf expert.de oder ihr geht in einen Expert-Fachmarkt in eurer Nähe. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Jubiläumsangebot der Woche, nächste Woche Mittwoch. Bis zum nächsten Jubiläumsangebot.